Bewerbungsgespräche dienen nicht nur der Auswahl und Sondierung geeigneter Kandidaten, sie sind auch Visitenkarte für Ihr Unternehmen. Sie liefern potenziellen neuen Mitarbeitern einen Einblick in Ihre Unternehmenskultur. Wie Sie es schaffen, gute Bewerbungsgespräche zu führen und so geeignete Mitarbeiter für Ihr Unternehmen zu finden, gleichzeitig aber auch Ihr Unternehmen als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren, werde ich Ihnen in dem kurzen Video erklären. Die Bewerbungsunterlagen zu sichten, den Lebenslauf analysieren und daraus geeignete Fragen abzuleiten, das sind die Standardvorbereitungen für ein Bewerbungsgespräch. Aber ganz wichtig ist es auch, die organisatorischen Voraussetzungen zu klären. Hierzu gehört vorab, sich darüber Gedanken zu machen, wer eingebunden werden muss, welche Fachabteilung und welche Mitarbeiter sind zu involvieren und was sind Ihre Rollen im Bewerbungsprozess. Ganz wichtig ist es auch zu klären, wer letztendlich welche Entscheidungsgewalt hat. Auch die richtige Sitzordnung ist entscheidend für den Erfolg Ihres Bewerbungsgespräches. Eine solche Sitzordnung sollten Sie vermeiden. Sie sitzen alle aufgereiht auf einer Reihe, davor ein großer Tisch und ein einsamer Stuhl für den Kandidaten. Das führt dazu, dass Ihr Kandidat sich eher wie in einem Verhör als in einem Bewerbungsgespräch fühlen wird. Besser ist eine solche Sitzordnung über Eck. Ihr Kandidat ist in der Gesprächsrunde involviert und es gibt keine klaren Hierarchien. Genauso wichtig wie die organisatorische Vorbereitung ist die fachliche Vorbereitung. Hierbei gilt es, die Bewerbungsunterlagen intensiv durchzuarbeiten und individuelle Fragen hieraus abzuleiten. In der Praxis hat sich bewährt, einen individuellen Gesprächsleitfaden zu erstellen, der allen Teilnehmern vorab zur Verfügung gestellt wird. Wenn Sie diese Punkte bei der Vorbereitung beachten, steht einem erfolgreichen Bewerbungsgespräch nichts mehr im Weg. Die Durchführung eines Bewerbungsgesprächs gliedert sich in fünf Phasen. Die erste Phase ist die Phase der Begrüßung bzw. des Small Talks. Hierbei ist es wichtig, dass Sie gut vorbereitet sind und persönliche Fakten des Bewerbers kennen. Gleichzeitig sollten Sie alle Beteiligten vorstellen mit Namen und mit Position und welche Rolle Sie im Rahmen des Bewerbungsprozesses haben werden. Die zweite Phase ist die Phase des Kennenlernens des Bewerbers. Hier gilt es, die persönliche Motivation des Bewerbers zu ergründen. Hierzu eignen sich beispielsweise Fragen wie Was macht Sie aus? Warum haben Sie sich ausgerechnet bei uns beworben? Was reizt Sie an diesem Job? Aber auch Fragen wie Warum sollten wir gerade Sie einstellen? Oder Was können Sie für uns tun, was andere nicht tun können? Wichtig ist, dass Sie alle diese Fragen sehr offen formulieren, sodass der Kandidat eine eigene Bühne bekommt. Nach der Phase des Kennenlernens erfolgt die Phase der Selbstvorstellung. Hier stellen Sie Ihr Unternehmen und die zu besetzende Stelle vor. Dabei sollten Sie darauf verzichten, allgemeine Informationen über das Unternehmen oder Dinge, die der Kandidat eh schon auf ihrer Unternehmens-Homepage gelesen hat, zu berichten. Viel wichtiger ist es, Visionen, Ziele und Besonderheiten der Stelle zu erzählen. Folgende Informationen eignen sich hierzu. Warum ist die Stelle vakant? Gibt es einen Vorgänger? Und wo ist der Vorgänger jetzt? Was erwarten Sie von dem Bewerber? Wie messen Sie Erfolg? Wie groß ist das Team? Und an wen wird berichtet? Was sind die Ziele und Visionen Ihres Unternehmens? Und wo möchte das Unternehmen hin? Gleichzeitig gilt es aber auch in dieser Phase, Informationen über Arbeitszeiten, Standort und Urlaubsanspruch zu vermitteln. Hier sollten Sie dem Kandidaten die Möglichkeit gewähren, diverse Rückfragen zu stellen. Wichtig ist, dass Sie auf alle diese Rückfragen ehrlich und aufrichtig antworten. Sind alle Rückfragen geklärt, folgt die Phase des Abschlusses des Gesprächs. Hierbei ist es wichtig, neben dem obligatorischen Dank auch zu klären, ob es noch ein weiteres Vorstellungsgespräch gibt, wann der Bewerber mit einer Antwort rechnen kann, an wen der Kandidat sich mit weiteren Fragestellungen wenden kann und wie beispielsweise eventuelle Fahrtkosten abzurechnen sind. Nach dem Bewerbungsgespräch erfolgt die eigentliche Auswahl des geeigneten Kandidatens. Hierbei empfiehlt es sich schon, während des Gesprächs Notizen gemacht zu haben. Haben Sie sich dann für einen neuen Mitarbeiter entschieden, ist es wichtig, dieses auch schnell zu kommunizieren. Teilen Sie allen Bewerbern Ihre Entscheidung zeitnah mit. Das betrifft einerseits die Zusage für Ihren neuen Mitarbeiter, gleichzeitig aber auch die Absage für alle anderen Kandidaten. Sollte es zu eventuellen Verzögerungen im Bewerbungsprozess kommen, ist es auch wichtig, dies den Kandidaten zeitnah mitzuteilen. Achten Sie im gesamten Bewerbungsprozess auf eine offene und wertschätzende Kommunikation, denn dies hat entscheidenden Einfluss auf Ihr Unternehmensimage. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg in Ihren Bewerbungsprozessen und freuen uns, Sie auf www.kofa.de begrüßen zu dürfen.